dieser ork im hintergrund ist so also wenn es ein ork ist es schaut aus wie ein ork es ist ein ork eindeutig ork ja hat der würme in der nase so ganze dinge wie eklig wie eklig ich wollte sagen das schaut so richtig motiviert aus guck mal durch ist connect through to the prison cell next to me ist es going to get in trouble ist gar nicht gern wer ist es going to get in trouble ist gar nicht gern er hat die jahre tage wo sie schon hier ist vielleicht ist das nicht von ihr wahrscheinlich nicht he doesn't seem particularly pleased ja das sagte ich mir auch excuse me sir oh der hört sich ja verliebernd ok listen as bizarre as this may sound winfriede is an evil witch she's got something evil planned and you have to stop her winfriede who's winfriede look save your breath all right i've heard it all before the woman who had me arrested the guards they took orders from her you have to listen to me i don't have to do nothing for you i do enough already in this stinking place as it is hmm kann man die anderen treffen ist denn er eine weitere präsentation ist no but don't we get to have meals together or something no yard time dodgeball wargames night anything no jeez do you even know where you are you're in maximum confinement don't make this any harder on yourself than it needs to be yeah you ain't getting nothing like that not ever hmm yeah maximum but i don't even know what i did wrong did not just anyone gets thrown in this cell all right someone out there is seriously spooked by you over time shifts for some child ridiculous i thought things were bad enough before you're you don't seem to enjoy this job much huh an overworked no bonus zero health insurance position below minimum wage and a practically non-existent union it's the best jeez kid give me a break already well why don't you quit you look really tired i think you should quit nice try but you'll have to do better than that i need the pay little as it may be and besides in this place you need a form just to get a form to apply for a form of complaint and don't even get me started on the so-called union postponing meetings again and again until they never take place it's easier to put up and shut up in fact my highly recommended yeah is sure bin da nicht dafür uh... ja was wenn jetzt sie ihn in sie nach der präsentale denn jemand kamen hier abtämmig wort woher der dorst wie in the cage ist abdäckigen in der folie 3 oh can i see them nope no visitors now get back schön so never mind huh it should be close it was forward twice then head south left right left then right here we are hello again my dear reynard my gosh keep your voice down you'll get taken away too oh pish posh i know of this fellow here and he's as deaf as a door knob and even if you weren't he's certainly not the type to go above and beyond his duties if you follow oh i see oh but reynard where do i start you came all this way for me well i'm afraid i can't offer much in the way of brute egress however it is true i have indeed come to offer my assistance in this dire situation though how i'm not quite sure oh reynard thank you even if even if i'm stuck here forever i appreciate that you came my dear have your usual high spirit so down come on come on let's not have this selfish behavior that is weak to make a beautiful bright spirit of yours i think if i understand that well 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 Warte, du kennst diesen Garten? Aber wie? Warte, du kennst den Garten und seine Bureaucratische Erwartung von Institutionen. Aber ich glaube, es ist wirklich schweiglich, obwohl es mit ein wenig... Witt. Der, äh, der, der, der diese Städte... ...wenn, der Schlüssel ist, um, seine... ...devilische Seite, so zu sprechen. die tippe und du wirst die rote tippe russes die auch wie spielte mit scharfen die die sie nicht wirklich aber wenn du dich schon ausführen dann ist das nicht so gut ja äh was mit ben du wirst du wissen was passiert nein ich bin nicht sicher, ich bin nicht ich folgte den gudel, du brach dich hier Aber wie für ihn? Es ist okay. Ich denke, dass die Regier hat, Reynard, aber ich glaube nicht, dass ihn ein sehr guter Job überzeugt. Wahrscheinlich. Während der Regier hat, dass du freiwillig Reyn in der Köln schlägt. Gute Frau. Ja, aber... Er hat gesagt, dass die Unions-Mietings etwas gesagt hat. Ah, wahr. Hm. Aber... Wo ist er jetzt? Und was ist eine Unions-Mieting? Und... warum ist Reynard gekommen, um mich zu helfen? Achtung, alle Unions-Mietings-Mietings-Mietings-Aktions-Seminar wird bald in der Staff Hall. Ich spreche, alle Unions-Mieter reporten in der Staff Hall. Bitte vorbereiten Probleme für eine Diskussion, vor dem Seminar-Kommission. Also, es ist schon Zeit. Ich gebe ihnen Probleme für eine Diskussion, okay? Alter, der ist richtig Piss. Der Welt ist wirklich voll von Evelen, außerhalb der Farm. Jeder... Jeder schiebt und benutzt Menschen. Und... Und... Und vielleicht wird Reynard auch einfach benutzen. Ich bin auch. Mein, mein... Haben wir einen Begriff, mir kommt, etwas skeptisch? Ich bin, aber... Nein, ich meine... Ich bin sorry. Das war verrückt. Du hast nur versucht, und... und ich... Never mind, dear, never mind. We shall return to the task at hand, shall we? Yes, yes, of course. But what was that about? There's no meeting in truth, though I imagine it will take some time for it to catch on. Resourcefulness, as you may recall my saying so. Well, that's one step closer to escape, then. Better push on, then, I suppose. With that enthusiastic gesture, I'll resign to somewhere more hidden, as it befits me. If you find a means for my assistance, call my name here. I shan't be far, my dear. Okay. That's where Reynard found his way to me. I wonder why, though. Huck, is myself? Uh, Reynard? Are you there? Good evening, my dear. You called? Nö. I'm going to keep looking around then. See if I can find something to help me out of here. Very well, my dear. If you find a means for my assistance, call my name here. I shan't be far, my dear. A good old dirty dungeon grade mattress. Who knows what bugs are in it? Jaaaaargh... Jaaaargh... Jaaaaaaargh... Jaaaaaaaah. Dat werden wir nun herausfinden. Oh. Di waren san allesO... Die zu gestochen haben, Di nacht. Ich hab' MEI'r Das sieht nicht aus wie es sich verleicht hat. Seit niemals. Er wird nur mit seinem Begriff wieder in Probleme. Ich hätte es besser nicht. Locked. Nach einer lockten Tür, hm? Locked. Nach einer lockten Tür, hm? Ich sehe, dass ich ziemlich ein Habit davon mache. Sie sollten dem Ort eine Art Dungeon fühlen, nicht wahr? Diese Türken seien ziemlich gut an die Tür. Ich glaube, ich werde sie nicht nehmen. Äh, das scheint ein bisschen gefährlich. Vielleicht nicht. Hm, es scheint, diese Tür ein bisschen stärker als die, die ich vorher gebrochen habe. Ja, Matratze. Vielleicht sollte ich noch etwas anderes als Telekinesis. Ein guter alter... Ich habe meine Scherab. Hm. Ich habe meine... Etwas anderes als Telekinesis. Ich habe diese Matrisis mal einmal zu viel. Hm. Hm. Well... Ich habe keine Ahnung, was ein Lockpick aussieht. Aber das könnte es tun. Lockpicking kann nicht so schwer sein. Right? Ja. Oh, ja. Vielleicht kann ich den Lock auf der Tür. Aha! Freiheit. Von... meiner Celle. Oh. Well. Da geht's. So viel für Maximum Sicherheit. Ah. Oh. Woah. Ich bin nicht so wichtig. No. Ich bin nicht so schlecht. Ich kann zurück. Ich bin nicht so schlecht auf dem Weg. Ja, ich bin nicht so schlecht. Entfache. In den Boden nicht mein Problem. Diese Klappen sind nicht der beste Fett. Kein Wunder, dass er sick ist. Ähm... Entschuldigung, Herr? Was willst du jetzt, hm? Welche Chance, dass ich die Person in der Zelle besitzen könnte? Kein. Also, nicht mal kurz zu sagen? Nein. Schrauben! Yikes! Sie sind ziemlich sick, hm? Oh, ziemlich flimmig. Wow, du bist ziemlich observant, hm? ziemlich irritant. Vielleicht ist es, weil deine Klappen zu klein sind. Denkst du, warum hast du sick? Natürlich. Das verdammte Arbeitsplatz ist voll mit Problemen. Du kannst uns nicht sogar propere Arbeitskleidungen oder Tissue geben. Warte, warte, warum erzähle ich dir das? Ich bin nicht wieder auf die Anleitung der Anleitung geflogen, um zu klagen. Was benutzt du da, ein Wettsteinmädchen? Was benutzt du da, ein Wettsteinmädchen? Oh. Ja, gut. Ähm. Hast du einen Bär-Präsident gesehen? Hat jemand hier nach mir gekommen? Ich seh mir wie ein Bär-Präsidentin zu dir? Ja, du bist ein Bär-Präsidentin. Ich gehe jetzt, Herr. Ich besuche dich später, okay? Nein, nicht. Wirklich. Nur nicht. Nicht. Melons, lecker! Perfekt für einen schwarzen, heißen Ort aus diesem Ort.